Ich habe die Base kaputt gescheppert, Elina. Hey, meine Rarborgen, wir befinden uns im Weltall. Hallo, Alter. Mit Elina, was hatten die da für einen heftigen? Das ist einfach ein neuer Gaming-Chair, Leute. Der Banks Gaming-Chair, den haben wir jetzt rausgebracht. Den könnt ihr für 74.000 Euro kaufen. Der kann fliegen. So, wir befinden uns in unserer Asteroiden-Weltraum-Base. Und indem wir Erze farmen, können wir diese vergrößern. Weil aktuell, seht ihr, die ist halt noch ziemlich klein. Man kann in die Richtung halt raus. Ich stufe immer mit dem Kopf gegen mir. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Fackeln. Warte mal, ich nehme mal die Hälfte raus. Dann haben wir hier einen Kompass. Den kann man auch immer gebrauchen. Der führt dann zur Base. Und verschiedene Tools. Nehmen wir auch. Das ist unser Buddy, Alter. Moinsen. So, okay. Wir brauchen also zuerst neun Steine, um die Base erweitern zu können. Hier ist nochmal Kohle. Die nehmen wir auch nochmal mit. Das werden wir alles brauchen. Essen hier, Elina. Kannst du auch mal mitnehmen ein bisschen. Guidebook. Das werden wir nicht brauchen. Aber ich nehme es mal mit. Let's go, Leute. Lass eine positive Bewertung. Was ist das für ein Atze, Alter? Das ist ein Alien. Ein Alien. Ein Alien. Lass eine positive Bewertung da. Ich würde mich freuen. Wir brauchen Steine. Die sind voll selten, Alter. Das ist alles scheiß an der Seed. Ja. Hä, die Abbauanimation. Guck mal. Hier wird die gleich gebaut, die Base. Guck mal. Ha. Ja. Ich sehe es. Ob man auch zu anderen Planeten kann. Wie es aussieht. Hä? Sieht voll nice aus. Er hat genug. Wie viel brauchen wir denn? Ich glaube neun. Auf pfiffen. Ja, boah. Okay. Ich gebe ab. Auf die Bude, Masse. Scheiße, Elina. Aufstehen. Achso, ich muss drücken. Ach, natürlich seine Weltraumbase. So, und jetzt muss ich hier irgendwie drücken. Ah. Collect neun Stones. Äh, habe ich auch. Ah, jetzt. Okay. Äh, bumm. Oh. Wir erweitern die Basis. Alter, was passiert? Vehikelgarage mit einem Landingpad. Hey, wieso rennst du da außen rum, Elina? Ich bin ja gerade spektrum. Hey, du warst hier drin. Herr, voll der Cheat. Wir brauchen Kohle als nächstes. Wo ist denn die Vehikel? Vehikelbase mit der... Ah, da hinten, da hinten, da hinten. Da, Himmel. Wollte ich auch gerade sagen. Oh, wir haben neue... Wir haben neue Kisten. Oha, wir haben ein Auto. Wir haben ein Mac. Wir haben ein Hover-Share. Wir hatten aber vorher schon. Wir haben ein Motorrad. Wir haben eine Drilling-Machine. Warnung, dieses Fahrzeug zerstört alles. Guck mal hier. Oha. Oh mein Gott. Haben wir davon zwei? Ja, wir haben davon... Oh, ist direkt ein Asch. Geil. Hä, ist ja übel, dass... Ah, jetzt. Okay, das war Fahrzeug Nummer eins. Dann haben wir den Mac. Oh, Alter. Alter. Wuhu. Muss nur Kohle finden. Das ist ja mega nice. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Oh mein Gott. Wir haben ein Motorrad. Oh, wie geil. Den Share. Na gut, den kennen wir schon. Spaceship. Auch übel nice. Oh, das Spaceship ist mega schnell. Okay, die Drilling-Machine, da passen wir mal auf, weil die macht tatsächlich alles kaputt. So, wir suchen Kohle. Hm, die wird ja vermutlich hier... Hier unten. Oh, hab ich da gerade eben Kohle übersehen? Hat der uns einen Tipp gegeben, wo Kohle ist? Nee, ich hab ein Ender-Ei gefunden. So, ich guck mal ins Guidebook. Stones and Ore. Most of the ore can be found on... Ah, wir müssen auf andere As... Deswegen haben wir auch die Raumschiffe bekommen, Elina. Ja, aber damit können wir doch nicht fliegen. Also mit dem Motorrad... Doch, mit dem Spaceship... Achso, mit dem Motorrad kann ich... Mit dem Motorrad kann ich auf jeden Fall nicht fliegen. Achso, deswegen gibt's doch keine Kohle. Wir müssen auf die anderen Planetos. Planetos, don't matter. So. Was denn, wenn man fliegen kann? Oh, muss ja gehen. Doch, natürlich. Let's go. Ja, äh, Transport. Hier ist auch eine Art Base. Let's go. Smaragd, Alter. Smaragd-Planet. Hä, sieht übel nice aus. Goldplanet? Ich bin gestorben. Ich bin tot. Alter, hast du mal die Sonne gesehen? Ja, die sieht übel krass aus. Was ist das hier? Eisen? Kann ich gleich mit meinem Stuhl durch die Gegend fliegen? Ungedurch mit dem Stuhl wäre im Raumschiff. Wo ist denn Kohle, Alter? Ich hab alles gefunden außer Kohle. Ist das Kohle? Das ist Lapis? Ich sehe auch gerade Lapis. Kohle muss so ein kleinerer Planet sein. Die großen hab ich eigentlich alle abge... Was ist denn das, Alter? Das ist... Das ist Redstone, aber anders. Ah, Kohle! Hier ist ein Monster. Ja, es ist auch mittlerweile Nacht... Das ist ein... Also... Also... Weltraum. Wie nennt man das? Astronauten? Weltraumheimer. Ab mit dem Miner. Ich hab die Base kaputt gescheppert, Idina. Ja, aber nur auf der Kohleinsel. Oha, Alter. Das ist ja wirklich absurd OP. Kann ich die irgendwie abbauen? Hey, du Arschloch! Kann ich ja gerne das Ding wieder haben. Okay, geht nicht. Egal. So, ich habe drei Stacks Kohle. Und ich hab ein bisschen der Base kaputt gescheudert. Hey, die hat's für uns selbst wieder repariert. Kann das sein? Alter, hier sind noch mehr Monster. Das ist ein Asteroid-Creeper. Hast du mal den Mond gesehen, Ben? Boah, der sieht übel krank aus. Also... So, ich hab den Weltraum-Creeper fertig gemacht, Alter. Wir fliegen zurück. Du kannst dich schon um das nächste kümmern. Kümmerst du dich schon um das nächste? Ah, hast du Kohle abgegeben? Nee, ich hab Labis abgegeben. Nice, Idina. Jetzt haben wir... Hier ist ein... Dein Ringling! Ein Ringling ist hier! Fliege ich auf die richtige? Moin, gucke mal. Wir müssen hier irgendwo schon was ausgebaut haben. Ein Astronauten-Creeper. Hab ich auch schon gesehen. So, ich muss jetzt hier die Kohle abgeben. Aber wir müssen Koh... Warte mal, geht das trotzdem? Hä? Muss ich da jetzt neunmal drücken? Nee. Ach, das muss ein Erd sein? Scheiße, ich hab kein Erd, Selina. Wieso nicht? Ja, weil diese Maschine das direkt so abgebaut hat. Ach so, dein Spitzsack hat aber... Brotsamkeit. Na gut, da muss ich nochmal zurück. Kacke, ey. Na warte mal, wir können ja eigentlich auch direkt... ...die Smaragde mitnehmen. Wenn wir hier eh schon an der Insel sind. Werden wir ja später gleich brauchen. Und... Neun. So, Smaragde habe ich hier, Idina. Wir brauchen noch Gold, Eisen, Kohle. Dann dieses... ...diesen Redstone-Fake oder was das ist. Was ist das hier? Ich hab Gold. Ah, du hast Eisenschen abgegeben? Oleg, nein, Iron-Ohr. Bist du so schnell, Alter? Nee, ich versuche das gerade abzugeben. Das geht nicht. Ja, Gold kann man nicht abbauen. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich ist das eine Sicherung. Das wäre... Ah, Warenhaus haben wir jetzt. Vielleicht geht's jetzt. Juhu, ich hab's verstanden. Ich muss es da einfach reinlegen, Ull. Vielleicht geht's jetzt. Nee. Ey! Ja, das hab ich... Ja, deswegen... Ja, bitte. Wollte ich nur so gesagt haben. Smaragde. Ja, toll, Alter. Jetzt ist mein Raum so weg. Guck mal, wir haben Lapis. Ja, hä? Ähm, wir stehen jetzt ineinander drin. Guck mal, wie schön das aussieht. Hey! Ja, ich hab grad Dings abgegeben. Aber wir haben gleichzeitig abgegeben. Smaragde und Lapis. Okay, was haben wir jetzt gebaut? Warenhaus. Toilette gab's nicht vorher schon. Wir haben ein Warenhaus. Ah, ja, wir haben das hier auf jeden Fall. Das ist neu. Ein Living-Modul. Ja, das ist Living-Modul. Und eine Farm. Alter, das ist ein ganzen Raumschiff hier. Eine Farm? Wie kann man denn da rein in die Bude, Alter? Aber Farm ist... Oh, Leute, warte mal. Wollen wir mal hier reinkommen? Wie geht denn das? Hier ist ja auch kein Knopf. Deswegen wundert's mich. Okay, dann bauen wir einfach ab. So, rein in die Hustube. Äh, ah, hier sind noch... Ah, das ist die Farm. Ich bin bei der Farm. Okay. Was haben wir noch? Warenhaus und Living-Modul, ne? Und dieses Green-House. Diese Farm eben. Leute, wir haben hier einfach Gold. Dann ist das hier das Living-Modul. Dieses kleine Popst-Ding wahrscheinlich. Ah, das ist das Warenhaus. Ja, safe. Das ist das Warenhaus. Okay. Und Living-Modul. Hast du noch mal Kohle? Ich hab gar keine Kohle, ne? Ruhe Kohle? Ne, eben nicht. Deswegen hab ich's auch nicht abgegeben. Okay, wir brauchen noch Kohle, Redstone, Diamant, Gold. Also, ich mein nicht die, ich mein diese normalen Kohle-Dinger, die man im normalen Markt kriegt. Ach so, ja, hier die. Die brauche ich. Wofür? Ich versuche das Gold-Ding abzubauen. Aber wir haben doch Eisenspitzhacken. Ja, ja, aber da ist Bewutsamkeit drauf. Ich glaub, unsere vorliegenden Stahlspäne. Aber warum doch das Erz? Ach so, in die Eisen-Dropft ja eh Erz. Na gut. Was ist das, alter? Weltraum-Spinne. Die hab ich auch noch nicht gesehen. Die ist neu. Ey, du. So, Drillheime und Abfahrt. Funktioniert denn das mit einem Drill? Machst du das grad bei dem Gold? Einfach reinsetzen, ist übrigens okay. Und ich hab zwei Stacks Gold. Easy. Das ist wirklich abnormal okay. Wir brauchen noch Diamanten. Und Kohle. Ne, ja, stimmt, Kohle. Aber auch Diamanten, aber auch dieses Redstone-Fake-Ding, Alter. Kohle ist voll schwer zu finden, Alter. Wo waren die Kack-Insel-Planet nochmal? Nice. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier bist du aber durchgedrillt, Alter. Ja, aber es hat ja nichts gemacht. Neun. Perfekt. So, jetzt fehlt nur noch Diamanten. Und die Kohle? Ja, die machst du doch grad. Ja. Wurde ich was sagen. Aber man darf bei mir meine Aufgabe unterschlagen hier. So, äh, Lapis. Ich glaub, die Diamant-Insel ist irgendwo hinten. Die hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, einfach so, also Planet. Insel-Planet, mein Gott. Ah, hier haben wir sie. Planet, alles. Diamant-Planet. Asteroid. Alles mal nach meinem Geschmack, Alter. So ein Asteroid aus Diamanten, ey. Eins, zwei, drei, vier. Hä, jetzt geht's nicht mehr. Kohle. Hä, so kann ich's plötzlich nicht mehr abbauen. Was? Ey. Wahrscheinlich, weil ich mir das gerade anguck oder so. Keine Ahnung, es geht auf jeden Fall ab. Willkommen zurück. Oh, Mann. Hättest du nicht eine Sekunde warten können. Also ja, du wusstest es natürlich nicht, aber... Ey, ich hab, oh, der Witz, ich hab den dritten Diamanten abgebaut. Und es hätte noch zwei Sekunden gedauert oder so. Scheiße. Alter, wir haben sogar Solarpanels. Hast du das gesehen? Guck mal, ich hab hier Redstone. Hab ich... Das ist... Das ist Redstone? Hä, wir haben hier... Bei Benz, dreht die mal gleich um. Was ist denn? Hä? Musst du nicht irgendwie... Hast du dieses Ding hier? Hast du dieses Ding... Ich bin gerade in diesem... Warte mal. Äh... Warte, warte, warte. Hä, wir haben irgendwie ein Portal hier. Hier gibt's so ein Portal in der Base, die... Hab ich irgendwas gelesen gerade. Jetzt hänge ich hier oben fest. Was soll denn die Scheiße? Lassen Sie mich raus. Wir haben hier Knastzellen. Lassen Sie mich raus. Wupp. War im Research Center. Da müssen wir, glaube ich, jetzt rein. So, was wolltest du mir erzählen gerade? Pass auf, pass auf. Komm gleich mal zurück in die... Du hast einen Raumanzug. Wo hast du denn her? Ja, Mann. Und ich hab ein... Guck. Jetpack. Alter, wo hast du das her? Hab ich gefunden? Ach, hier steht ja, auf welcher Insel war es das jetzt? Ich, das erst mal... Ja, wie hast du gefunden? Das war in so einer Kiste drin. Unser Gang, der führt nicht mehr nach draußen. Der führt nach Valhalla. Keine Ahnung, wenn der führt. Aber auf jeden Fall hab ich... Wow, Goldäpfel. Ja. Ja, weil sonst gibt's hier ja nix. Oh, guck mal, Alter, Ben. Ja, jetzt, wir müssen das Portal jetzt mal finden. Ja, was, wo soll ich gucken? Ach, so halb vom Space Shuttle. Wo ist denn die Research Space, Alter? Ah, ich hab's. Endportal, äh, wurde er underground. Okay, irgendwie im Underground dieses Asteroidens. Wurde er das, äh, wurde er das getrackt. Jetzt einfach runtergraben, oder wie? Underground. Glaub mal so, so... Ich hab jetzt einfach mal, oder? Alter, schaut mal unsere volle Diamantrüstung an. Die schmeckt... Oh, nee! Ey! Aber wir haben... Voll nice haben wir... Können wir nicht wegfliegen. Also wegge... Ich hab Hunger. ...gebuchst, gebuxt. Ah ja, stimmt, man kann ja keinen Fallschaden kriegen. Das stimmt. Ich glaub, ich mach mal... Ach so. Das ist eine Elytra. Deswegen fliegt man damit, die Kacke. Okay, Bogen haben wir leider nicht. Wir müssen uns mit Gold hochbauen. Wie sieht denn der Enddach überhaupt aus? Ich hab den ja gar nicht genau angeschaut. Ein bisschen Roboter-mäßig. Ah ja. Ich seh's. Boom. Roboter-mäßig cool. Hui! So, ist der Enddrachen-Kampf viel chilliger, Alter. Ich hab von irgendwas beschossen. So, wir gehen wieder hoch. So. Oh no! Ich bin wegen der Spitzhorge. Boom. Ups. Ach, du baust dich so hoch. Ja. Hau ab! Keine Blöcke mehr gleich, ne, Mann. Oh, oh. Enddrag hat mich heftig angegriffen. Ich auch nicht. Und wir gehen weiter. Wir machen von einem Gold-Apple. Ein Gold-Apple a day keeps the Enddrag away. Und go! Kala! Butterfly! Das hat hier so ein Cooldown-Diversion. Man kann ja nicht so schnell zuschlagen, Alter. Aua, aua, aua. Hä, und krieg ich Schaden, Alter? Was passiert? Hast du einen Bogen? Meine Sniper-Rifle? Nee, nee, nee. Leider nicht. Sniper. Du Dusche. Nice, der ist direkt wieder gelandet. Ja, aber ich hab's ein bisschen verpasst, Alter. Ich hab nicht damit gerechnet. Der gönnt. Der gönnt. Jawohl. Den Cyber-Händler-Drachen gefetzt, Alter. Eine ganz easy Nummer. Du kannst mal direkt abholen. Easy. Das war aber echt schnell durchgespielt, so, ne? Und boom. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Schlagt auf jeden Fall den Like-Button und drückt jetzt auf das Video, um direkt zur nächsten Episode zu kommen. Wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Wendensson. Tschüss.